hallo herzlich willkommen in italien mal kurz den timer starten hervorragend ja los geht's wir sind in italien angekommen wir sind schon seit ein paar stunden unterwegs auf dem weg nach palermo glaube ich ist das die richtige wir gucken mal eben palermo ja aerolinis wir transportieren soja milch 21 tonnen krass wie viel kann man da eigentlich von 21 tonnen ist schon auch mal hausnummer kannst du ein paar milch grafiers von machen ja wir sind eigentlich auf dem weg nach palermo und eigentlich nach katania denn da gibt es den entweder den besuch oder den etna ich weiß jetzt gerade nicht wir werden es herausfinden dieser folge vielleicht in dieser folge vielleicht auch in der nächsten folge mal sehen kommt daran wie schnell wir fahren ja und wir werden die fähre nehmen das wird sicherlich spaßig auch werden mal gucken also wir haben heute einiges vor warum machen wir das noch mal weil es dafür ein achievement gibt ja und das werden wir uns heute mal geschmeidig reinziehen so ist das hier demnächst rechts abbiegen ja ballons und schön fahrten warum ist denn das da hinten ist das eine autobahn biege nach rechts ab also mal ernsthaft ohne navigationsgerät wärst du doch hier völlig aufgeschmissen oder da wird doch kein mensch auf die idee kommen jetzt hier diese straße rein zu fahren naja ist jetzt für mich die vierte folge am stück die ich aufnehmen ich habe gerade zwischen der letzten dieser meine wäsche aufgehangen der eine oder andere hat es vielleicht verfolgt immer mal wieder habe ich davon erzählt die wäsche und so weiter jetzt ist es mal soweit es ist mittlerweile 13 knapp 13 uhr in deutschland aufgenommen gestartet habe ich um 11 also ich bin schon ein bisschen was dabei vierte folge jetzt am stück aber ich habe einfach auch mega bock gerade das macht halt richtig laune das spiel ist halt richtig richtig gut ich kann die faszination gar nicht so beschreiben aber ich habe im letzten auch crime scene cleaner manager dings gespielt und das hat auch irgendwie lust also spaß gemacht ich wünschte mir würde sauber machen in der realität auch spaß machen dann würde ich das viel häufiger tun tut es aber nicht kann ich euch sagen tut es aber nicht doch keine entschieden sind so einkommen john hat schon wieder 4600 dann ist schon krass da können wir theoretisch auch mal reingucken und haben schon wieder ein bisschen ein bisschen zu langsam unterwegs fangen wir hinten auf die autobahn darauf und rollen lassen sieben stunden sind wir noch unterwegs vorher also kurz nach der nach dem übersetzen wollen wir noch schlafen weil dann ja die akusten her sind hätte man die hütchen nicht auch umpäschen können ja hätte man aber das hier scheint das problem zu sein wie er ist runter gekommen da kann man ja nur froh sein dass einem das selbst nicht passiert ist wobei ich glaube dass wenn man wirklich fernfahrer ist dann wird das wahrscheinlich früher oder später jedes mal passieren üble sache sprach der drache so wir checken noch mal kurz fünf stunden 44 müssen wir schlafen fahrt kommt an in sechs stunden 30 das heißt kommen wir locker über die fähre noch mal drüber mit der motion eine fähre wohlfahrende stunden halben stunden wahrscheinlich immer eine stunde rechnen das würde auch wieder bedeuten das müssten die uns eigentlich dann von der fahrzeit abziehen schön dass man diesen kleinen italienischen städtchen vorbeikommt 13.555 ich jetzt 10.000 davon abzahle von den bank sachen habe ich schon wieder schwitzige hände wenn man sich das nicht leisten können mit dem abzahlungsdingern hier noch mal auf der kranstrecke gucken gar keinen schaden aktuell sehr gut sehr gut italien hat auch nicht so ausschweifende mount sachen mal aber höchst selten glaube ich mit einer fähre gefahren und zwar da war das war mit zwei einmal nach dänemark glaube ich und einmal nach england einmal mit dem zucken einmal mit dem bus schön rein jemals mit dem ding und dann übergesetzt mit dem schiffchen beziehungsweise im tunnel war das natürlich nicht mit dem schiff sondern mit dem zug wir sind glaube ich mit dem bus auf den zug und der zug ist dann durch den tunnel gerast ich glaube so war es finde ich schon sehr speziell tatsächlich so 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 hier geht es bergauf das heißt dann langsamer wir halten quasi an hier oberhalb gibt es schon mal eine fotostelle auch nicht schlecht aber das ist nicht ob man die alle besucht haben muss für irgendein achievement oder so wegen der brücke wahrscheinlich ist eh grad dunkel so die hälfte und euch kann jetzt mal bitte noch rechts abfahren damit ich ein bisschen noch weiter rollen lassen kann ich muss rechts abfahren schade ich verstehe dass sie nicht alles an straßen simulieren können aber zumindest auf der minimap könnten sie das ja machen bitte rechts halten ja gleich ja dass man sehen kann dass die straße da quasi geradeaus weiter geht sonst ist das ein bisschen nicht unbesichtig wait wieso ist da jetzt was rot markiert oh wir sind schon da what the heck da ist nichts rot markiert wir sind schon da ja okay offensichtlich ist das nur ganz kleiner übersetzer hier okay krass ja nice coolio dann gucken wir mal 4 stunden 15 müssen wir echt nochmal im blick halten ob das ein bisschen was von unserer fahrzeit wegnimmt das ist ja alles ja 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 und und das ist ja Das zählt bestimmt auch als Ort, oder? Würde ich doch mal denken, dass das hier auch als Ort zählt. 5000. Ethan, nice. Ich denke mal, dass der, ähm, dass das Übersetzen uns auch Geld kosten wird. Das warten wir halt nochmal ab. Immer geradeaus und dann links abbiegen. Ah, 26 von 27. Hier könnten wir auch schlafen, könnten es aber auch sein lassen. Ja, was wir auf jeden Fall machen, ist, wir fahren mal ganz kurz geradeaus, weil da gibt es eine kleine... Videosequenz. Die werden wir uns ganz kurz mit reinholen. Neue Route finden. Hey, brauchst du nicht. Ich will nur ganz kurz das Video gucken, Freundchen. Machen Sie eine Kehrtwende. Helga. Helga. Chill mal. Villa San Giovanni. Hier spielten damals auch die ersten Assassin's Creed Teile. Ja, was viele nicht wissen. Nein, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo es in Assassin's Creed gespielt hat, aber es war auf jeden Fall Italien und es hat richtig Spaß gemacht. War es in der Nähe von Venedig? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Dann hat er immer gesagt, Le requierst ein Pace. Na gut. Es ist dunkel, wir sehen eh nichts. Also bitte. So. Dann haben wir uns das auch gegönnt. Jetzt nehmen wir die Fähre. Ich fange mal aus, zum Beispiel sehr langsam, weil ich nicht genau weiß, wo es lang geht und vor allem weiß ich nicht genau, wie es geht. Das letzte Mal ist schon ein bisschen länger her. Ja, wahrscheinlich können sie mir dann einfach nur reinfahren. Oh Gott. Das heißt einfach nur, dann irgendwo in so einer Parktasche einfach anhalten. Wir nehmen an die rechte Spur. Das Gefühl, dass da noch ein bisschen mehr Platz ist. Ist auch der einzige Platz. Ah ja, da ist... Okay, lass uns eine neue Route finden. Wir sind ja schon da. Ist ja gut, ist ja gut. So. 20 Minuten, ja. Wir müssen nach Messina. Ja, bitteschön. Erster Aufenthalt in Messina. Sehr gut. Wird uns ein bisschen Geld gekostet. Wird uns die Fahrzeit um 20 Minuten verkürzt. Das ist schon auch okay. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja. So, wir hatten gesagt, dass wir Karl-O-Kum nach... kurz nach dem Übersetzen auch noch mal schlafen wollen. Das wird gleich da hinten an der Tankstelle sein. Da kommen wir eh dran vorbei. Ob die wirklich die ganze Nacht übersetzen? Eigentlich eine spannende Sache, ne? Danke für die Ampel. In welchem Spiel ist das denn noch? Ach ja, hier bei... Rechts halten und dann rechts abbiegen. Na klar, war das eine rote Ampel. Ich bin mit meinem Führhäuschen abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich habe schon hier 360 in die Miesen gesetzt. Einte Väter. Okay, dann machen wir ganz kurz Pause. Service, Bank. Und zahlen den jetzt zurück. 7.900. 8.600. Das hätten wir natürlich nicht tun müssen, aber... Irgendwer wird schon noch was. Wir können noch mal gucken. Fahrer, bitte, bitte, bitte. Seid ihr bitte unterwegs? 0 Stunden. Äh, was? Hier, 0 Stunden. Lenker ist gleich da. In 6 Stunden kriegen wir ein bisschen was. Status auf Straße. Aktuelle Fracht. Ne, die haben gar keine Fracht. Doch, der hat Fracht in 0 Stunden. Na gut, in 0 Stunden. Also Lenker wird gleich irgendwas reinhauen. 22 Stunden, 23 Stunden, 16 Stunden. Das ist alles zu lang. 5 Stunden. Ja, Altverpackung hier. Eten wird gleich Altverpackung abgeben. Gut, alles klar. Dann haben wir nur genug. Geld. Hm. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Nein, wir werden jetzt hier gleich rechts fahren. Mal gucken, da müssen wir irgendwie zum Parking kommen. Und ist doch rot, schätze ich. Und ist doch rot. Und ist doch rot. So, da müssen wir mal schauen, das muss jetzt hier irgendwo rechts reingehen. Kann sie noch vor der Brücke irgendwo. Hier. Nö, es ist doch nur ein Parking. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Okay. Es ist doch nur ein Parken und ein bisschen Schlafen. Du kommst eine Weile zur Ruhe. Michael konnte nichts zu deinem Reichtum beitragen. Müsst du auch in die Fonds zurückkehren. Kostend also 670. Nee, 660. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Cory hat 1000 dazu beigetragen. Ich glaube, das war dann mit den alten Packungen. Biege nach rechts ab. Nochmal 1000, ja. Plus, minus, 0. Michael hat 2, 3 gemacht. Das ist doch schön. Und ist auch ein Punkt aufgestiegen. Das ist natürlich richtig schön. Und das war's. Wir sind bei 11.000. Da können wir natürlich gut mit leben. Der nächste Punkt ist quasi jetzt die nächsten Kredit zurückzahlen. Beziehungsweise jetzt erstmal das hier abgeben. Und dann nach Catania rüberheizen. Da wird es wahrscheinlich keinen Auftrag für geben. Da müssen wir wahrscheinlich Blanco hinfahren. Demnächst rechts abbiegen. Aber immerhin. Biege nach rechts ab. Haben wir dann schon mal wieder ein Entscheidend gemacht. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Immer schön bremsen. Ja gut, jetzt ist es wieder 80. Ah, der lässt uns rein. Nein, das ist leider nicht so gut erkennlich gewesen. Danke. Du kleiner grüner Laubfrosch. Schön hier. Ja, vielleicht verschieben wir einfach auch das natürlich mit dann in die nächste Woche. Müssen wir mal gucken. Die Woche ist jetzt heute rum. Heute ist ja theoretische Samstag, wenn nächstes Video kommt und ich mich nicht irgendwo vertan habe. Das heißt, die Woche ist erstmal rum. Nächstes Video ist dann am Mittwoch. Könnten wir sagen, nächste Woche machen wir ein Achievement. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Ich weiß nicht genau, wie schnell wir jetzt hier unterwegs sind. Hier ist ja offensichtlich nur 80. Ein bisschen bedauerlich tatsächlich. Andere Stände, andere Geschwindigkeiten, ne andere Länder. Andere Geschwindigkeiten. Fangen wir mal hier durch. Gut, sonst fahr ich doch gut drauf. Gut, sonst fahr ich doch gut drauf. Ja, das ist natürlich bedauerlich. Das war mir nicht klar. Ich habe die Update Notes, die Patch Notes von diesem Spiel nicht wirklich verfolgt. Ich kann also gar nicht sagen, ob es mit der Zeit verbesserte KI gab oder sowas. Also, ob die Autos quasi besser geworden sind, die da mitfahren. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Falls das jemand von euch weiß, schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentarbox. Oder in den Discord-Channel. Ja, hier ist halt 80, ne? In Spanien ist halt 90. Da kommt man natürlich ein bisschen schneller von A nach B hin. Also, ob ihr das hier anpassen, weil das Land so klein ist. So, wir müssen schlafen in neun Stunden und in einer Stunde, in zwei Stunden gehen wir das schon wieder ab. Das ist natürlich nice. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit tatsächlich, vom nächsten Schlafen gehen nach Catania zu fahren. Wenn wir da angekommen sind, gucken wir noch mal nach den Aufträgen bezüglich Alcaronia. Das möchte ich schon auch noch machen. Wow. Wow. Wow, krass. Okay. Na gut. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich das aufgehört zu spielen. Jetzt nenne ich es natürlich Season 1 und Season 2 habe ich aber aufgehört zu spielen. Ich glaube, ein großer Grund war auch, weil das so viel nach Urlaub aussieht hier und ich super gerne Lust hätte, dann wegzufahren. Und gerade jetzt hier, das ist ja sozusagen die Winter Edition jetzt hier. Ja. Hätte ich schon tatsächlich Lust wegzufahren. Graus aus dem Kalten, Nass, Grau, Dunkel. Rein schön an den Strand, Sonne, Meer. Wobei jetzt, wo ich es gerade aufnehme, ist ja super warm. Und Sonne sagt uns so, ich kann es auch nicht aushalten mit der Sonne. Das ist so ambivalent, glaube ich. Mit dem Leben nicht im Sommer nach Italien fahren. Oder alles, was so richtig warm ist, ich könnte es einfach nicht aushalten. Ja, einfach nicht meins. Leider. Da kommt schon wieder eine Mautstelle am Telepass. Wir nehmen mal den Telepass. Darf ich hier rein? Nee, ne. Nee, glaube ich gar nicht rein. Hm. 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 Sollen wir es trotzdem mal versuchen? Nee, komm, versuchen wir nicht. Fahren wir mal hier lang. Nach ärgerlich. Unfall verursacht für 400. Ja, ich habe mich nicht getraut. Das war mein Fehler jetzt. Teuerste Maut. Mautstationen in Europa hier. Ich hätte das da auch funktioniert. Ich weiß. Da war keine grüne Lampe oben. Und ober. Ärgerlich. Ja, gut. Ja, gut. Die 400 machen den Beratenden nicht mehr fit, würde ich sagen. Wir kriegen gleich 23.000 oder was kriegen wir? 17.000. Na ja, gut. Ja, gut. Ich weiß nicht, wie man das hört. Aber die Kindergartenkinder nebenan versuchen gerade einen Schreiwettbewerb zu veranstalten. Und einer von den Quellgeistern ist natürlich der Führende mit einem sehr hohen Sopran-Schrei. Kevin, du musst natürlich in den Keller, wenn du so weiter machst. Scheint ihn aber nicht zu beeindrucken. Na gut. Scheint ihn aber nicht zu beeindrucken. Na, muss ich nicht sagen, rechts halten. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Sehr gut. Nimm die Ausfahrt rechts. Oh, 40 runter. Klar, von 80 auf 40, gar kein Problem. Und das kann man machen, aber man muss das da vielleicht ein bisschen, also nicht so abrupt machen. Und Überholverbot. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Palermo, Palermo, Palermo. Na, Einblendung? Ne, nicht hier. Erster Aufenthalt in Palermo, obwohl das schildert. Das sieht gerade aus. Gut. 8 von 27, immerhin. 9 von 27 machen wir auch noch. San Catania. Ist doch schon mal schön. Geht doch schon mal was. Pizzeria, na klar. Da scheint hier so eine Partymeile zu sein oder so. Hier, Hotels. Guck mal an. Pizzeria. Ist irgendwo das Strand wahrscheinlich. Vielleicht sieht hier diese Häuserfront hier. Man kann nicht so viel sehen. Eine Front jagt die nächste. Da gibt es auch noch ein Fragezeichen in Palermo. Das ist auch gut. Kann man auch mal hingehen. Hinfahren. Was ich mal sagen muss, bei diesen Arbeitsagenturen, das ist ja manchmal so, Fragezeichen für Arbeitsagentur, wenn es jetzt nicht ein Autohändler ist, das macht ja nicht viel mehr Auswahl, oder? Ich meine, wir haben eh schon so viel Auswahl. Ob da jetzt noch zwei Hanseln mehr sind. Ach, du heilige Bim Bam. Okay. What the heck. Ich wusste nicht, dass ich wusste nicht, dass Palermo hier am Strand liegt. Mit so einem Riesenschiff. Okay, Achievement. Nächste Folge. Bremsen. Diese Folge hat keine Achievements. Diese Folge nur gucken, wie schön es hier ist. Da fährt noch eine Straßenbahn dahinten. Und das ist natürlich nicht so schön. Aber das da sieht vielleicht sehr schön aus. Ach, ich bin einfach am falschen Land geboren. Was ist denn da los? Ich bin in sechs Minuten da. Restzeit zwei Stunden. Palermo Innenstadt 30er Zone. Ja, finde ich gut. Für die People. Na, gerade wenn die da zum Strand hechten wollen und hier die LKWs durchrasen, ist einfach schlechte Stadtplanung. Ach, halt nochmal entspannt ein bisschen mit dem Cruisen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wiege nach rechts ab. Ja, ja, die Musik versucht einen irgendwie in Aufregung zu versetzen. Das klappt auch mäßig gut. Demnächst links abbiegen. Wiege nach links ab. Wiege nach rechts ab. Wiege nach links ab. Ja, aber jetzt kann ich mir links-rechts-links-rechts-Kombo. Hier endet es. So, wie sieht denn das aus? Will ich das noch versuchen? Ne, lassen wir. Wir machen das hier. Das tut mir sehr leid, aber ich bin irgendwie gerade noch am Schwitzen hoch fünf. Das tut mir leid. Okay. Ich bin mal aus. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Wiege nach links ab. Also geht es. Wiege nach rechts ab. Wiege nach rechts ab. so das hat niemand gesehen muss auch mal sein 17.000 haben wir bekommen level fast ab naja noch halb fast fortfahren das heißt wir haben das geschafft hervorragend so jetzt würden wir nehmen wir mal ganz kurz zu aufträgen ihr wisst ihr kontrollieren das immer ja pampelona 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 bordeaux klagenfurt sind das real lithabon toulouse okay dann haben wir tatsächlich nichts wir können natürlich noch mal gucken ob wir von hier nach katan ja was haben wir tatsächlich hier dann nehme das doch katania das ist katania aber es müssen wir das da abgeben ihr das ja quatsch das scheint ja alles im großraum zu sein das würde ich alles nicht ehrlich gesagt ja dann eben nicht würde ich sagen dann werden wir jetzt hier noch ein bisschen umgucken hier noch das ding machen und das fragezeichen dann werden wir hier runter fahren tut 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 nach katania rein vielleicht tatsächlich hier dann hin und hier ungefähr hier oben müsste dann der vielleicht hier so auch der vulkan sein wahrscheinlich hier werden schon noch kriegen hier waren wir auf jeden fall ja ich sag jetzt mal vielen dank fürs zusehen nächste folge geht es hier weiter und dann bis dahin wünsche ich euch eine gute zeit macht es gut schwingt den hut